Das Geheimnis eines absoluten Gewinners ist ganz einfach. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach, Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in nur sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Kennst du das Gefühl, dass dir alles zu viel wird? Dass du so viel zu erledigen hast, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wo du anfangen sollst. Und dass du gleichzeitig weißt, das kann ich gar nicht alles schaffen. Was dann passiert, es bildet sich Stress im Kopf, so eine Art Nebel. Und wir denken, alles ist zu viel. Erstaunlicherweise können aber manche Menschen sehr viel mehr schaffen als andere. Und diese manchen Menschen, die so viel mehr schaffen können, das hat man gesehen, haben dafür drei klare Strategien. Und diese drei Strategien werden wir heute miteinander besprechen. Ich weiß noch, wie ich Richard Branson kennengelernt habe. Wir hatten zusammen ein Seminar in Kaunas in Litauen. 5000 Menschen. Und wir sollten beide am Nachmittag sprechen. Spannend war, wie ich mich vorbereitet habe und wie Richard das gemacht hat. Ich habe mir gedacht, wenn ich gleich vor 5000 Menschen spreche, dann gehe ich am besten meinen Vortrag noch so zweimal durch. Dann gehe ich in Ruhe spazieren. Dann meditiere ich. Dann schaue ich noch mal so ganz kurz über meine Aufzeichnungen. Dann esse ich gut und schlau zu Mittag, damit ich auch viel Kraft habe. Mache ein kurzes Jester, dann bin ich bereit. Mein Weg. Was hat Richard gemacht? Der hatte nach dem Aufstehen morgens gleich ganz früh einen Ballonausflug. Der fährt ja gerne Ballon. Eine Stunde lang konnte er sich jetzt Kaunas von oben anschauen. Er war aber nicht alleine. Er hat fünf ausgewählte Industriebosse der Region bei sich, die ihm dann bestimmte Standorte von da oben schön zeigen konnten. Danach hatte er dann ein Business-Frühstück, wieder mit einigen ausgewählten Leuten. Dann hat er etwas Sport gemacht, ging joggen, nicht alleine, mit dem Bürgermeister von Kaunas. Und dann hat er mit dem Veranstalter des Seminars gesprochen und mit zwei weiteren Personen. Und dann hat er noch so eine Reihe von Einzelgesprächen geführt. Und kurz vor dem Vortrag war er dann fertig. Richard hatte bis dahin zwölf Termine wahrgenommen. Zwölf. Zwölf. Das Seminar war sein 13. Termin an dem Tag. Jetzt frag dich mal, was von beiden würdest du machen? Wie würdest du den Tag angehen? Eher so wie Richard oder eher so wie ich, wenn du vor 5000 Leuten sprechen würdest und dir sagst, dem möchte ich echt etwas mitgeben. Vielleicht sagst du, Bodo, tut mir leid, aber Richard ist echt cooler als du. Ich kann dir versprechen, cooler war er nicht. Der ging vor dem Auftritt einige Male auf Toilette, Wasserlass. Und was er mir versichert hat, ist, egal wie oft ich spreche, Bodo, ich bin immer unfassbar nervös. Und der coole Richard, nervös, wird er gar nicht sagen, wie oft er auf Toilette ging. Richard hat aber etwas gelernt, was alle Milliardäre können. Er kann unfassbar viel erledigen, ohne dass es ihn stresst. Aber nicht, weil Richard so eine Art Alien ist, so eine genetische Mutation von einem Menschen, der irgendetwas in die Wiege gelegt bekommen hat, was andere eben nicht haben, sondern Richard hat das trainiert. Wir haben lange darüber gesprochen. Ich habe das auch trainiert, aber lange nicht in diesem Maße. Und nach dem Seminar habe ich dann einige Stunden mit Richard zusammengesessen. Wir haben gegessen und wir haben geplaudert. Und das war dann der Beginn einer für mich noch tieferen Reise, eines noch tieferen Verstehens. Warum können einige Menschen so viel erledigen und andere nicht? Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Menschen, die sehr viel erledigen können. Und jede dieser drei Arten von Menschen, drei Typen von Menschen, hat jeweils ein bestimmtes Muster entwickelt, das ihrer Stärke entspricht. Also, wenn wir das gleich durchgehen, überlege dir, welche Art von den drei bist du? Was entspricht davon deiner Stärke? Das stimmt übrigens auch mit den Forschungen der modernen Psychologie und den Untersuchungen der Stressforschung überein. Diese drei Gruppen, die können unfassbar viel erledigen, viel mehr als andere. Und das sind die erste Gruppe, die Klugen, die Zweite Gruppe, die Kreativen und die Dritte Gruppe, die Starken. Die Klugen, die Kreativen, die Starken. Das Erste, was du tun kannst, frag dich, wenn du sehr viel zu tun hast, denkst du dann eher nach, grübelst du? Wie kann ich das machen? Das ist die Strategie der Klugen. Schauen wir uns gleich an, was das im Einzelnen bedeutet. Oder bist du eher jemand, der außergewöhnliche Lösungen sucht, also nachdenkt, wie kann ich das sehr kreativ lösen? Dann bist du ein Kreativer. Oder bist du eher der Stärke, der sagt, da muss ich jetzt durch, nur die Harten kommen in den Garten. Natürlich ist es klar gut, wenn wir etwas von allen drei sind, also klug, kreativ und stark. Aber normalerweise ist es so, dass wir eins von diesen drei Stärke ausgebildet haben. Und dass wir daraus dann unsere wichtigste Strategie entwickelt haben. Überlegen wir mal, was der Kluge im Detail macht. Das Klügste, was der Kluge tun kann, er löst sich als erstes aus der Situation. Gewissermaßen wie ein Vogel steigt er auf, schaut auf die Situation aus der Vogelperspektive und überlegt jetzt vom Überblick her nicht so sehr, was sind die vielen Details, sondern wie ein Vogel fliegt er hoch über sein eigenes Leben und schaut jetzt von oben herab. Dann überlegt er, was von dem, was ich da unten so alles sehe, dieses mein Leben, was sollte ich davon als erstes machen? Das heißt, der Kluge, erster Typ, behält also die Nerven. Der behält auch seinen Gleichmut. Der fliegt einfach und guckt und kann deshalb realistisch planen und entscheiden. Das, was er tut, ist eine ganz einfache Kette. Er priorisiert, trifft also eine Priorität, was muss ich als erstes machen, und entscheidet dann aufgrund seiner Prioritäten und dann handelt er. Er priorisiert, er entscheidet, er handelt. Um priorisieren zu können, verschafft er sich wie ein Vogel erstmal von oben einen Überblick. Wir schauen uns diese Technik im Detail gleich noch präziser an. Der Kreative, also Gruppe 2, der findet Wege, wie er es selber besser machen kann oder wie ein anderer es tun kann. Fangen wir gleich mit dem Zweiten an. Also der Kreative fragt sich tatsächlich so ziemlich am Anfang, wenn er feststellt, alles viel, wer könnte das noch machen außer mir? Wer könnte mir helfen? Das heißt, der Kreative überlegt ziemlich schnell, wie kann ich delegieren? Und er hat genug Kreativität, um zu verstehen, ich muss das gar nicht alleine machen. Zweitens ist der Kreative in der Lage, gute Systeme zu erfinden. Das sind Systeme, die ihm erlauben, die Dinge noch besser zu lösen. Und weil er kreativ ist, umfasst das System niemals nur ihn alleine. Wenn du sagst, der Einzige, der das machen kann, bin ich, dann ist das alles aber nicht kreativ. Ist übrigens auch nicht schlau. Sondern der Kreative versucht immer noch innerhalb des Systems, das er schafft, andere Leute mit einzubinden. Gewissermaßen schafft der Kreative eine Kombination aus Delegieren, wer kann es noch machen, und Systeme schaffen. Aus beidem macht er eins. Sprechen wir jetzt noch erst über die dritte Gruppe, das ist der Starke. Der Starke, der sagt sich einfach, ich muss noch produktiver werden. Ich muss mehr in die Stunde reinquetschen. Ich packe das. Das sind so Leute, die Affirmationen haben, a la, die sie morgens schreien, ich bin ein Sieger, ich bin unaufhaltbar, nichts kann mich stoppen, ich bin ein Sieger. Da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Es ist gut, wenn wir produktiver werden. Und der Starke hält sich für so stark, dass er mit seinen Aufgaben praktisch jongliert. Er macht dann mehrere Dinge auf einmal. Grundsätzlich ist Multitasking wirklich schlecht. Weil alle wissenschaftlichen Forschungen haben das festgestellt, wir schaffen dann weniger und wir machen nichts richtig. Wenn du aber lernen willst, stärker zu werden, dann ist ein bisschen Multitasking ganz gut, dieses Jonglieren. Jonglieren, um stärker zu werden, mehr auszuhalten, mehr Stress zu erdulden. Während ich das beschrieben habe, diese drei Gruppen, hast du dir bestimmt schon überlegt, welche der drei Kategorien so deine primäre Strategie ist. Wenn du also zu viel zu tun hast, handelst du dann eher klug, verschaffst du also erstmal einen Überblick, priorisierst, entscheidest. Oder bist du eher kreativ, versuchst, andere mit einzubeziehen, versuchst, Systeme zu schaffen, das andere aber auch mit umfasst. Oder sagst du, die erste Reaktion ist bei mir, ich bin stark, Augen zu, ich muss da durch. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Wichtig ist, wenn du eins von den dreien hast, dann kannst du schon sehr viel besser mit Stress umgehen und kannst sehr viel mehr Dinge erledigen als andere. Und jetzt könntest du das aber noch steigern. Du könntest es klug ausbauen. Einmal, indem du deine Stärke, eine von den drei, die du ohnehin schon hast, weiter ausbaust. Ich gebe dir gleich drei Tipps, wie du das tun kannst. Oder indem du sagst, naja, ich bin zum Beispiel stark, Gruppe 3. Aber es wäre echt cool, wenn ich außerdem noch Gruppe 2, kluge, kreative Strategien entwickle. Also nicht nur Kraft, sondern auch mehr Köpfchen. Und wenn der Kluge sagen würde, nicht nur Köpfchen, sondern auch noch meine Kraft stärken, Gruppe 3, Typ 3. Oder wenn der Kreative sagen würde, Gruppe 2, ist ja gut, dass ich so viele Leute mit einbinde, aber wenn ich selber Gruppe 3 noch etwas stärker würde, wäre ich ein besseres Vorbild für die anderen. Und so weiter. Ich glaube, du hast verstanden, worauf es hinausläuft. Das Geheimnis eines absoluten Gewinners ist ganz einfach. Er ist alles drei. Er ist klug, er ist kreativ, er ist stark. Niemand ist einfach resilient geboren. Also niemand kann von Natur aus unfassbar viel aushalten. Sondern jeder, der das kann, wie Sir Richard, hat sich das antrainiert. Und hier sind drei einfache Wege, wie du diese drei Stärken ausbauen kannst, wenn du eine davon bereits als Stärke hast. Also der Kluge kann sagen, ich verschaffe mir als erstes einen Überblick und das mache ich systematisch. Ich schreibe mir als erstes eine Liste von allem, was ich tun muss. Oder die Dinge, die ich meine, tun zu müssen. Und dann setze ich mir Prioritäten. A, B und C. Was ist besonders wichtig? Das A. Was ist zwar wichtig, aber muss ich nicht sofort tun? Das ist B. Und was muss ich gar nicht tun? Das C. Eine gute Übung ist, dass du konsequent aus deiner Liste ein Drittel rausstreichst und sagst, das mache ich nicht. Denn das geht auf Kosten der Dinge, die noch viel wichtiger sind. Wenn du zum Beispiel sagst, alle C-Aktivitäten delegiere ich oder entscheide ich sie gar nicht zu tun. Werden einfach nicht getan. Es ist ganz wichtig zu verstehen, wir müssen nicht alles tun. Das zu verstehen ist meines Erachtens der Weg zum Glück. Oder wie die Weisen es sagen, das Nein ist der wichtigste Satz, wenn du glücklich sein willst. Nein sagen ist so wichtig. Du verstehst wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Die Strategie, die sich also der Clou gestellt ist, was muss ich tun? Der Kreative kann seine Kreativität systematisieren. Das geht, indem er zum Beispiel ein Factsheet schreibt über die Dinge, die er öfter tun muss. Also er hat das schon systematisiert oder öfter tun will. Und wenn du ein Factsheet hast, in dem die Abläufe stichwortartig stehen und du da mal der Arbeit da drauf guckst, da kannst du sehr viel mehr erledigen, musst nicht so viel nachdenken. Das, dann das, dann das, dann das. Ganz einfach. Meist kannst du auf diese Weise dreimal so schnell arbeiten. Firmen nennen diese Sammlung von Factsheets, von Abläufen, die du machen musst, SOP, Standard Operating Procedures Handbuch. Und hier werden alle wichtigen Strategien einer Firma ausführlich geschildert. In der Bodo-Schäfer-Akademie haben wir ja zu jeder Abteilung solche SOPs. Und wir arbeiten ständig daran, sie zu aktualisieren und sie zu verbessern. Aber das kannst du auch privat machen. Der Kreative ist in der Lage, die Systeme aufzuschreiben. Aber nicht nur das. Er wird dann auch die einzelnen Schritte, weil er es schriftlich vor sich hat, in Frage stellen. Und das kann er, weil er kreativ ist. Er kann sich fragen, wie kann ich diesen Schritt 3 zum Beispiel verbessern? Und was kann ich hier noch effektiver machen? Oder was davon muss ich gar nicht machen? Die große Frage, die sich also der Kreative stellt, ist, wie muss es getan werden, sodass ich es am besten tun kann? Und wer könnte es noch tun? Also wie und wer? Das sind die zwei großen Fragen. Wie und wer? Die Fragen des Kreativen. Der Starke hat eine ganz andere Strategie. Der nutzt seine Stärke und walzt alles platt. Natürlich ist es gut, wenn der Starke sich öfter mal mit dem Kreativen unterhält. Da muss er dann nicht immer nur durch die Wand, sondern er sieht dann auch, dass da eine Tür ist oder ein Fenster, durch das er durch kann. Es ist aber auch gut, wenn sich der Kreative wiederum mit dem Starken über dessen Stärken unterhält, damit er lernt, auch mit Widerständen fertig zu werden, wenn er mal nicht sofort eine kreative Lösung hat. Manchmal müssen wir einfach bereit sein, zu kämpfen. Aber nochmal zurück zu dem Starken. Seine Strategie ist ja, dass er sich die Frage stellt, wie viel? Also, wie viel kann ich in eine Stunde reinpacken? Dafür nutzt der Starke in der Regel die Blockzeit. Das heißt, er nimmt sich eine Zeit, geblockte Zeit, in seinem Kalender, in seinem Timer, in der ihn niemand stören darf. Und er blockt sich diese Zeit nur für eine bestimmte Tätigkeit. Und die macht er dann so schnell, so stark, so gut, wie er kann. Alleine dadurch, dass der Starke in der Lage ist, sich störungsfreie Blockzeiten zu schaffen, wird er immer produktiver. Der Starke könnte jetzt noch Folgendes tun, um noch stärker zu werden. Er könnte zweimal eine Blockzeit machen, von vielleicht 50 Minuten, und dazwischen eine 10-minütige Pause. Wenn er das wirklich macht, bekommt er sehr viel mehr geschafft. Und in dieser Blockzeit macht er nur die eine Tätigkeit, die er sich vorgenommen hat. Und nach einer Pause wird er dann in der dritten Stunde jonglieren. Das heißt, er macht jetzt mal mehr Dinge auf einmal, um noch stärker zu werden. Das ist ein bisschen so wie Sport. Wenn du immer dieselbe Übung machst, dann wirst du zwar kräftiger, aber wenn du die Übungen variierst, wirst du viel kräftiger, flexibler und ausdauernder. Bevor wir die drei Strategien zusammenfassen, wenn du mehr Info darüber haben willst, wie du mit diesem Phänomen Stress, Zeit, Zeitmanagement, deine Zeit besser zu führen, umgehen willst, dann schau einfach unten auf den Link in der Beschreibung und in der Bio. Fassen wir die drei Strategien zusammen. Wenn du sehr viel zu tun hast, dann nutze die drei Fragen, die wir heute behandelt haben. Und am besten schreibst du sie dir auf ein kleines Kärtchen. Erstens, was? Fragezeichen. Das ist eine kurze Frage. Und dahinter schreibst du dir vielleicht die kurze Erklärung Überblick. Dann Prioritäten schaffen. Dann entscheiden. Das ist der kluge Ansatz. Denk an das Bild vom Vogel. Der von oben erstmal guckt. Zweite Frage. Wie und wer? Dahinter könntest du schreiben, Systeme schaffen und delegieren. Das ist der kreative Ansatz. Und dritte Frage ist, wie viel? Dahinter schreibst du, wenn du magst, Blockzeit und jonglieren. Das ist der starke Ansatz. Es ist wichtig, dass wir so etwas lernen, während es uns gut geht. Also in normalen, chaotischen Zeiten. Wenn eine wirkliche Krise kommt, dann brauchen wir diese Strategien unbedingt. Churchill hat gesagt, Erfolg besteht darin, von Misserfolg zu Misserfolg zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Es ist also gut, wenn wir mal richtig auf die Schnauze bekommen und den Prozess zwischen den einzelnen Niederlagen trotzdem genießen können. Das können wir. Es gibt einen einfachen Trick, indem wir fühlen und verstehen, ich nutze, obwohl ich gerade Mist baue oder gerade Niederlagen erlebe, nutze ich bestimmte Strategien, um zu lernen, um besser damit zurechtzukommen. Also entweder die klugen Strategien oder die kreativen Strategien oder die starken Strategien, vielleicht sogar zwei oder drei davon zusammen. Ich bin fest davon überzeugt, es gibt nichts, was du nicht schaffen kannst, wenn du klug bist, kreativ bist und stark bist. Und alles drei kannst du trainieren.